Hallo liebe Leute, Grüße und Witz von Ansgarwinter. Heute ist der Deutsche Bahnwitz. Ich bin zu weit. Hallo liebe Leute, Grüße und Witz von Ansgarwinter. Heute ist der Deutsche Bahnwitz. Und Prost mit einer Fantasse. Da gibt es mir Top oder so ein Shirt. Und der Witz ist von Christian Exekution. Und Grüße gehen von Ihnen an Niklas. Und Ihr kommt mir auch mit nur E-Mail. Da könnt Ihr noch 200 grüßen. Und der Deutsche Bahnwitz. Da geht es so. Wollte gerade einen Witz über die Deutsche Bahn machen. Aber der kam nicht an. Wollte gerade einen Witz über die Deutsche Bahn machen. Aber der kam nicht an. Und Erklärung. Wenn man Witze macht über die Deutsche Bahn. Eigentlich finden das viele gut. Aber der kam nicht an. Und eigentlich versteht man dann, er kam nicht an. Die Deutsche Bahn kam nicht an. Weil irgendwie 80-90% der Züge sind verspätet. Und kommen nicht an. Und ähm... Ziemlich lustig. Er wollte gerade einen Witz machen mit der Deutsche Bahn. Aber der kam nicht an. Und... Okay. Ciao, ciao. Die muss ich mal den Bahnvorstand schicken. Na, okay. Ich bin mal den Bahnhof. Ich bin mal den Hahn. Ich bin mal den Bahnhof. Ich bin mal den Bahnhof.